Rabbit Fire ist eine Medienproduktion mit Sitz in München und Nürnberg. Einsatzgebiet weltweit. Egal ob TV-Produktion, Corporate Video, E-Learning, Social-Video-Kampagne, Event oder Website-Content. Rabbit Fire macht aus Ihrem Film etwas Besonderes. Mit viel Erfahrung und Geduld betreut Rabbit Fire Ihre Produktion von der Idee bis zum fertigen Produkt. Schauen Sie sich auf unserem Blog an, was wir aktuell produzieren oder werfen Sie einen Blick auf die Videos, die wir bereits von namhaften Kunden produziert haben. Der Hase ist übrigens nicht rein zufällig in unserem Logo. Rabbit Fire ist klein und wendig. Sprich, Sie haben immer einen konkreten Ansprechpartner, der sich um Sie und Ihren Film kümmert. Projektbezogen erweitern wir unser Team und kooperieren mit langjährigen Partnern und Profis aus der Branche. Für Live-Produktion und Events steht uns zum Beispiel eine 4K-Regie mit 5 Studio-Kameras zur Verfügung. Auch Visual Effects und Drohnenaufnahmen können Sie über Rabbit Fire buchen. Schauen Sie sich auf unserer Website um oder rufen Sie direkt an. Das Rabbit Fire Team freut sich auf Sie. 理论 für Live-Non anymore. 2 4 5 5 6 Untertitelung des ZDF, 2020